Wir sind Guido und Alexander Mühlhaus, Geschäftsführer der Modehaus Mühlhaus GmbH in Heiligenstadt. Ein Geschäft, das seit 1875 im Eichsfeld tätig ist. Unser Sortiment umfasst Damen- und Herrenmode aus den Bereichen Freizeit und Festmode. Eine besondere Produktkompetenz besitzen wir sicherlich bei der Konfektion für festliche Anlässe und im klassischen Bereich. Wir legen besonderen Wert auf kompetente und typgerechte Beratung unserer Kunden. Die Gäste des Modehaus Mühlhaus schätzen neben der hohen Produktqualität besonders die Kombination von historischen Einrichtungselementen und modernem Verkaufsmobiliar, das eine einzigartige Einkaufsatmosphäre schafft. Zu unserem Modehaus gehören noch zwei weitere Geschäfte, My Outfit und Fitting Room. Was unser Sortiment im Damenbereich wesentlich erweitert.